Hallo liebe Leute, in diesem Video zeige ich euch eine Deep Tissue Technik und zwar, ich nenne es immer liebevoll das Fleisch vom Knochen ziehen. Sieht natürlich ein bisschen harmloser aus, als es klingt. Und zwar nehme ich dafür meinen Finger, der Flug, falls ihr jemand gucken will, gibt es auch ein Video zu, wie wir den Flug von der Technik hier machen. Diese vier Finger setze ich in eine Reihe und komme jetzt gegenüberliegend. Hier haben wir den Dortfortsatz, hier haben wir praktisch diese Art, diese Rinne, diesen Kanal und hier wäre dann der Rückenstrecker. Setze die Finger auf und schiebe dann weg von mir, als würde ich das Fleisch vom Knochen ziehen. Ich bin jetzt hier auf den Querfortsätzen und schiebe das Ganze weg von mir und ihr seht schon, dabei lasse ich das Ganze auch ein bisschen schwingen. Ich gehe hier rein und schiebe das Ganze entlang der Wirbelsäule weg von mir. Die vier Finger sind aufgestellt und ich gehe relativ senkrecht hier in die Tiefe und dann schiebe ich weg von mir. Ich will hier nicht so rüber rutschen, kann ich auch machen, ist auch ganz schön. Ich will mich aber eigentlich hier ein bisschen fixieren in diesem Kanal und schiebe das Ganze dann langsam weg von mir, während ich das Ganze zum Schwingen bringe. Einfach mal ausprobieren und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei.